Es herrscht sehr viel Angst am Kryptomarkt. Erleben wir ein Szenario wie im letzten Bullrun oder war das reine Marktmanipulation? Das und noch vieles mehr besprechen wir im heutigen Video. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Bitcoin hatte ja mal wieder einen richtig schönen Flushart und hat den gesamten Markt bis auf ein paar Aussetzer mit sich gezogen. Alle, die schon etwas länger dabei sind, die wissen ja, dass ich eine Headshot aufgebaut hatte auf Bitcoin. Weil mir der Markt etwas zu overheated rüberkam. Und tatsächlich ist meine Short zurzeit der Aufnahme 80% im Plus, da ich ja mit einem 10er Hebel schrede. Also gar nicht mal schlecht, oder? Ich hatte ja gestern schon darüber gesprochen, dass der Markt leichte Schwäche gezeigt hat und danach sind wir ja dann richtig komplett runtergebrochen. Und tatsächlich könnten wir jetzt auch auf dem Daily eine bärische Divergenz bilden. Natürlich ist sie jetzt noch nicht bestätigt, weil wir noch kein Close haben, aber die Anzeichen stehen dafür. Denn wenn wir uns jetzt mal die Funding Rates anschauen, dann sehen wir, dass der Flushout hier auch Auswirkungen hatte, jedoch positive. Denn die Funding Rates sind bis auf WIV, über den wir ja auch gestern gesprochen hatten, mittlerweile alle wieder im grünen Bereich. Denn sobald diese in den gelben Bereich gehen, dann wird es erst kritisch. Jetzt stellen sich wahrscheinlich viele von euch die Frage, warum hatten wir denn diesen im Abverkauf? Und da gibt es tatsächlich mehrere Gründe für. Der erste Grund dafür ist, dass die ETF-Zuflüsse tatsächlich zurückgegangen sind. Und es gibt sehr viele, die die ETF-Zuflüsse beobachten und dies dann als schlechtes Zeichen ansehen und daraufhin dann anfangen zu verkaufen. Bei so einem Markt, der sowieso schon angespannt ist, weil wir ja so overheatet sind, kann schon mal das eine zu dem anderen führen und dann in einem solchen starken Abverkauf enden. Weil am Ende alle Panik haben. Eine weitere interessante Sache, die ich gesehen habe, ist diese hier. Und zwar hat eine Binance-Wallet in den letzten 24 Stunden 4.637 Bitcoin im Wert von 329 Millionen Dollar verschoben. Was natürlich nicht unbedingt zu so einem Crash führen muss. Das Interessante daran ist, dass das gleiche schon mal am 5. März hier passiert ist. Und dies hat ebenfalls zu einem starken Abverkauf geführt. Schon interessant meiner Meinung nach. Und der dritte Grund waren die PPI-Daten, die ja schlechter ausgefallen sind als erwartet. Und der Markt sich Sorgen macht, dass die Zinssenkungen weiter nach hinten verschoben werden. Und alle warten jetzt gespannt auf das FOMC-Meeting, welches nächste Woche stattfindet. Aber das hatten wir ja gestern schon besprochen. Und wenn der Markt ja, wie schon gesagt, sowieso etwas Angespanntes, nur einen Funken benötigt, dann können diese vielleicht eher kleinen Gründe schon zusammen zu einem stärkeren Abverkauf führen. Dann hatten wir ja schon des Öfteren darüber gesprochen, dass Bitcoin langsam trocken läuft. Und tatsächlich gab es gestern keine Bitcoin mehr zu kaufen. Es gibt eine unbekannte Wallet, die seit November jeden Tag 100 Bitcoin gekauft hat. Und gestern die letzten verbleibenden 900 Bitcoin gekauft haben. Jetzt gibt es die Theorie, dass Mr. 100, das ist wie die Wallet genannt wird, ein kleiner bis mittelgroßer Nationalstaat ist. Denn Nationalstaaten werden niemals den ETF eines anderen Landes kaufen. Sie kaufen nur das Original und verwahren es selbst, so wie sie es auch mit dem Gold tun. Viele Nationen haben nämlich ihre Lektion auf die harte Tour gelernt, indem sie anderen Nationen gestattet haben, ihre Vermögenswerte zu verwalten. In zahlreichen Fällen wurden diese Vermögenswerte jedoch dann am Ende beschlagnahmt, wenn das Land, in dem sich die Vermögenswerte befanden, mit dem, was sie taten, nicht einverstanden war. Bitcoin hingegen ermöglicht es Nationalstaaten, ihr Vermögen selbst zu verwalten, ohne jemals wieder einer anderen Nation vertrauen zu müssen. Und das ganz einfach. Es fallen keine Versandkosten, Transportprobleme, Sicherheitsmaßnahmen oder Diebstahlgefahr an. Und wenn auch ihr die volle Kontrolle über eure Kryptos behalten wollt, dann nutzt ein Leisure und geht auch nie ohne ein VPN-Incent-Head. Denn wenn ihr ein VPN habt, dann kann kein Land oder ähnliches nachweisen, wo ihr euch gerade aufhaltet. Und auch kein Hacker kann euch orten. Tatsächlich hat NordVPN jetzt auch eine neue Funktion. Und zwar können eure Daten nicht mehr einfach so verkauft werden. Somit seid ihr wirklich nur für ein paar Euro komplett sicher. Habt euch unten in der Videobeschreibung einen Link verlinkt, mit dem ihr sogar ein paar schöne Rabatte bekommen könnt. Und denkt auch an unser Ostergewinn-Spiel. Um daran teilzunehmen, müsst ihr lediglich meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und ein Like im Kommentar da lassen. Viel Glück an dieser Stelle. Eine Nation, die ja schon länger öffentlich Bitcoin kauft, ist ja El Salvador. Und ich muss sagen, auf eine gewisse Art und Weise ist der Präsident mir echt sympathisch. Mit seinen ganzen Twitter-Posts etc. Auf jeden Fall haben auch sie verkündet, dass sie ihre Bitcoine auf eine Cold Wallet transferieren wollen. Was ja auch vollkommen Sinn macht. Weil es einfach die sicherste Art und Weise ist, seine Kryptos aufzubewahren. Im Moment nennt er die Wallet ein kleines Schwarschwein. Weil dort nur 5689 Bitcoin drauf sind. Und kurz nach der Veröffentlichung seiner Cold Wallet-Adresse haben scheinbar einige beschlossen, ein paar Spenden dorthin zu verschicken, um das Sparschwein zu füllen. So etwas gibt es einfach nur in Krypto. Ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich kann euch gerne auch meine Wallet-Adresse hinterlassen, dann könnt ihr mir auch gerne ein paar Spenden hinterlassen. Jetzt lasst uns aber nochmal, wie versprochen, über die verschiedenen Level sprechen, die zu beachten sind. Und zwar muss als allererstes das 59.000 Dollar Level halten. Falls wir darunter brechen sollten, dann haben wir noch einige Punkte, wo wir bouncen können. Darüber können wir jedoch sprechen, wenn es dann soweit ist. Denn eine weitere Möglichkeit ist, dass wir bei unserem Montags-Low bei 64.000 Dollar Support finden und von da aus bouncen. Haltet also auf jeden Fall ein Auge auf die 64.000 Dollar. Und wenn dieses Level nicht halten sollte, dann ist unser nächster wichtiger Support die 59.000 Dollar. Der Wochenschluss wird auf jeden Fall super wichtig sein. Denn wenn wir, sagen wir mal, bei den 64.000 Dollar bouncen und die Kerze grün mit einem super langen Weg schließen würde, dann wäre das mega bullish und wir würden weiter nach oben gehen. Wenn wir unter den 59.000 Dollar schließen, dann wäre das kurzfristig bärisch. Das Beste, was wir tatsächlich sehen könnten, wäre, dass wir in Bitcoins zwischen dem Allzeithoch und den 60.000 eine längere Konsolidierung einlegen würden. Denn dann würde der RSI sich resetten und die Altcoins hätten Zeit zu pumpen. Für den Fall, dass Bitcoin in einer Range laufen sollte, dann könnte es sein, dass wir aus diesem Rising Ridge auf der Bitcoin-Dominanz, über das wir ja schon öfters gesprochen haben, nach unten hin ausbrechen. Und wenn die Dominanz nach unten ausbrechen sollte, dann könnte das zu einer richtig schönen Altcoin-Rallye führen. Wenn wir uns dann jetzt auch mal die Total-3-Chart anschauen, dann hatten wir ja dieses WIG-Auf-Pattern noch vor dem Ausbruch ausgemacht. Und bis jetzt sind wir ja perfekt nach oben gegangen. Wenn diese Kerze jedoch rot schließen würde, dann wäre meine Altcoin-Rallye-Theorie jedoch invalidiert. Wenn die Total-2 es jedoch schafft, über die 823-Milliarden-Dollar-Marke zu kommen, dann wäre das mega bullish. Aber damit das passiert, muss die Bitcoin-Dominanz wie gesagt erstmal runterbrechen. Ethereum zu Bitcoin muss nach oben brechen und es muss neues Geld in den Allkommar fließen. Dann wollte ich noch über eine andere Sache mit euch sprechen. Und zwar gibt es mal wieder FAT bezüglich des Ethereum-ETFs. Jetzt nicht direkt bezüglich des Ethereum-ETFs, sondern generell gegen alle ETFs. Denn zwei demokratische Senatoren üben Druck auf die SSIOS, dass sie keine weiteren ETFs genehmigen sollen. Jede weitere Zulassung sei ihrer Meinung nach mit enormen Risiken verbunden, die sich auf dünn gehandelten Kryptowährungen oder Kryptowährungen beziehen, deren Preise besonders anfällig für Pump and Dump oder andere betrügerische Machenschaften sind. Die Zulassung der Bitcoin-ETFs dürfte daher nicht zum Präsidentsfall für weitere Genehmigungen werden, so die Senatoren. Anleger wären ihrer Meinung nach Betrug und Manipulation ausgesetzt. Der Markt für Bitcoin zage zwar ernsthafte Schwäche, sei aber weniger riskant als der Altcoin-Markt. Also ich persönlich habe keinerlei Verständnis für sowas. Was haltet ihr denn von der ganzen Sache? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.